Musik Ziehen Sie dann die Gurte fest Zwischen Timelapse oder? Wenn Sie das Flugzeug verlassen, zieht Sie an den roten Griffen, um die Weste aufzublasen. Wenn Sie das Flugzeug durch ein Druckfenster verlassen, blasen Sie die Weste erst außerhalb auf. Falls erforderlich, können Sie dazu auch die roten Mundschläuche benutzen. Die Signallampe leuchtet im Wasser auf, wenn Sie diese Lasche herausziehen. There is a life rest under everything to an instructed to do so by the crew and the rest of your head. Attach the straps in the front. Then pull the straps tight. Just before leaving the aircraft insulated in the Weste by putting the red tabs. If you leave the aircraft through an emergency window exit, insulate the Weste outside. If necessary, you can tap up the air through the red tubes. Each rest has a lap, which lines up in the water when you pull out this tab. Und vor guter Letzt finden Sie in der Sitztasche vor Ihnen eine Informationskarte mit allen Sicherheitshinweisen. Bitte prägen Sie sich besonders die Lage der Notausgänge ein. Sie sind mit dem Bot, links sind gekennzeichnet. Leuchtstrahl für Bot zeigen Ihnen den Link dorthin. Bitte beachten Sie, dass sich der links gelegene Notausgang auf dem Tag befinden kann. Soll ich mich noch teile es, oder? Weiß ich nicht. Es reicht durch. Meine Damen und Herren, zum Start, schenkt jetzt mit Ihren Rücken des Sängsrecht. Klappenlimitieren zurück und öffnen Sie die Sonnenblendern. Herzlichen Dank. Ladies and Gentlemen, in preparation for takeoff, kindly return your Sink-Band to an upright position. Fod over your table, lit grace, no indoor shades. Thank you. Oh, so big. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wahrscheinlich wäre ich doch nicht mehr zu sitzen drin. Wahrscheinlich liegen. Die kleine Reifen sind ja liegen. Ja, 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 ja. Das ist so schombolett, da kommt bei der X-L. Ja, das sieht richtig gut aus. Ja, die Sound sind viel geiler als bei der S800 hat. Das ist so ein richtiges... Keine Ahnung, ein ganz richtiger... So ein bisschen so... Ja, ich weiß, was du mal... Ja, genau. Aber auch richtig geil, dass wir so ein bisschen da haben. Ja. Ja. Oder Screenshots. Ich kann da noch mal... Da kommt der Neo. Nee, das will ja niemand anders sehen. Scheiß vor, das ist ganz schön. Wenn du wild machst, mich nicht mit dem Video unterbrochen, das weiß ich nicht. Ja, ja, ist okay. Das kann... Nee. Was ist ganz schön? Ja. Hier wüsste ich, wie ich es umstellen kann. War jetzt egal. Ja. Ja. Oder in der Kiste. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dies dient ihrer eigenen Sicherheit. Ladies and Gentlemen, as turbulence can occur unexpectedly at any time, you are required to fasten your seatbelts as soon as you have taken your seat. This is in the interest of your safety. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.